Ja, herzlich willkommen zu einer Folge FischkopfTV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen The Flame in the Blood. Äh, letzte Folge, äh, bin ich verreckt. Ja, wer diese Folge nicht gesehen hat, kann gerne nochmal in der Beschreibung gucken, da ist ein Ding zur Playlist. Ähm, da haben wir schon mal die ersten Sachen gelernt. Ja, nicht wirklich. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor Wäldern, weil ich vermute, dass Wölfe eher in Wäldern sind. Ähm, ich habe jetzt hier schon mal gestartet, diesen ganzen Quatsch, den man am Anfang immer wieder gleich macht, den habe ich jetzt schon mal gemacht, damit ihr euch das nicht reinziehen müsst. Und jetzt gehen wir aufs Floß, hören uns ein bisschen Chuck Regan an und suchen uns einen schönen Ort, wo wir mal Zeug finden. Und ich glaube eben, also letzte Folge, hatte ich ziemlich viel Glück mit den Flints, wo ich mal eigentlich hätte ein Messer machen können. Aber das habe ich nicht gemacht. Nächstes Mal, das Aufatma. Dieses, dieses lustige Geräusch, was man immer hört, das ist so ein geiles Instrument, was man so vor sich hat, ne? Wo man mit so Dingern spielt, an den Daumen, wie, 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 wie. Super geil. Wollte ich mal gesagt haben. Jetzt auch kein Gesang. Okay, das habe ich jetzt schon mal sehr gut gemacht. Diese unruhigen Gewässer machen mich ein bisschen fertig. Oh, oh, das war knapp. Oh, wir sind schon 0,5 Kilometer gereist. Äh, 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 ooooh. Kommt, nein! Ui, nein! Oh, das war ja klar, ne? Das war ja, das war ja wieder klar. Okay, aber so schlimm war es jetzt nicht. Ich wusste noch nicht. Warum, warum, warum fahre ich hier entlang? Warum fahre ich hier entlang? Nein! Aber das war doch so knapp. Oh! Leute, ich kann dieses Spiel nicht spielen! Wie unfair ist denn das jetzt hier? Wie soll man das denn machen, bitte? Okay, wir gehen nicht in die Wälder, Leute. Wir gehen nicht in... Oder hier, doch. Okay, wir probieren's. Wenn wir einen Wolf sehen, hauen wir direkt wieder ab. Deal? Craft Dry Tinder. Achso, haben wir noch nicht. Okay, ich wollte jetzt hier gerade... Warte mal. Äh, Materials, äh, Tools, Tinder. Alles klar, kein Problem. Ähm, eigentlich... Eigentlich sollten wir hier erstmal weiterlaufen. Weil manchmal findet man ja schon ein, ein, schon brennendes, ähm, Holz. Also Feuer. Ja, wie sauviel. Hat man eigentlich ein Limit von Zeug, das man mittragen kann? Oh, Autodurchsuchen. Da ist bestimmt jetzt richtig viel drin. Assorted Hardware. Okay. Kann man bestimmt sehr gut gebrauchen. Später. So langsam... Brauchen wir mal ein Feuer. Hä, was ist denn jetzt? Plötzlich Nacht, aber hier ist doch Tag. Oh, wir haben ein Jar. Spacious Water. Alter. Crazy. Okay, wir brauchen dringend Feuer. Uns wird auch kalt, ne? Weil wir so nass sind. Knit Head. Okay. Das ist schon mal Take All. Inventory Full? Okay, was gehen wir mit dem Hund? Die Hardware. Move to Esop. Ähm, Clean Water. Suspicious Water werden wir gleich braten. Dann haben wir hier ganz schön viel Cat Tail. Move to Esop. Äh, Splint. Oh, Rain is coming. Stay out of the rain. If you find yourself caught in a downpour, seek shelter or speed downriver to escape it. Okay. Krass. Das heißt, wenn jetzt der Regen kommt, müssen wir dem entfliehen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hallo. Okay, wir müssen... Ach so. Ähm, wir nehmen Gas. Ich muss den Hut noch aufsetzen. Equip. Uh, Hüte sind wichtig. Okay, die Frage ist... Finden wir jetzt hier ein Häuschen? Oh, wir haben Korn. Geil. Ich würde jetzt halt gerne alles looten, aber wenn wir jetzt hier den krassen Regen abholen, kriegen. Und das nicht gut ist. Äh, was so geil ist. Inventory, wir lassen mal das Jaw hier. Hier ist nix zum Pennen. Die Wettereffekte sind geil. Okay, dann speeden wir down den River, weil hier ist anscheinend nix zum Pennen. Wir machen uns nur nochmal trocken am Feuer. Ja, wenn wir überhaupt das Feuer anmalen können. I don't know. War das hier am Anfang? Okay, scheiß drauf. Wir müssen weg. Anscheinend ist es ja regentödlich hier. Los, los geht's. Los geht's. Hier können wir nochmal anlegen. Hier ist doch bestimmt auch ein Häuschen. Guck. Oh yeah. Oh yeah. Ich hab ein gutes Gefühl. Hier hab ich ein gutes Gefühl. Lauf, kleines Mädchen. Mach vorher noch das Feuer an. Kent, lighten, red. Oh shit. Okay. Das Water, mir ist kalt. Mir ist kalt. Hier ist ein Haus. Jetzt sag, da können wir nicht rein, ne? Da können wir wieder nicht rein, ey. Ne, das will ich nicht haben. Aber wir müssen noch jetzt, wir müssen jetzt mal gucken. Guck mal das hier. Ruf, tu es ab. Ruf, tu es ab. Ruf, tu es ab. Ruf, tu es ab. Okay. Ähm, search das. Oh, wir haben Flint. Sehr gut. Und wir haben Grubs. Was auch immer das ist. Okay, haben wir hier nicht ein Shelter. Gib mir ein Bus oder so. Rex, sehr gut. Stone knife. Okay, wir haben Stone knife. Was ist das? Library is inventory full. Dieses inventory ist viel zu klein. Für uns beide. Du es ab. Das ist auch nicht so geil gelöst. Das könnte man auch gut rüberziehen einfach, ne? Das wäre sehr, sehr angenehm. Es auf Specs. Okay, wollen wir die mal mitnehmen? Zepplinge, aber auch mal Plätzchen. Okay. Jetzt gib mir ein Shelter, Alter. Ich bin gleich schon wieder tot. Aloe Vera. Können wir auch nicht mitnehmen. Guck mal, was trinken hier auch, ne? Suspicious water, clean water. Und Zoom. Das Spiel machen wir jetzt schon fertig, ne? Wir sind Häschen. Wir bringen uns nix. Oh, hier ist auch nix. Wir müssen weiter. Wir werden sterben an Temperatur. Weil wir das Feuer nicht anmachen können. Und weil wir auch nix finden zum Pennen. Okay. Wir werden jetzt einfach den Fluss runterheizen. Wir werden uns nicht aufhalten lassen. Und dann werden wir sterben, weil ich so schlecht unterwegs bin über den Fluss hier. Okay, Leute. Kleiner, kleiner Schnitt an dieser Stelle. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder losgeht. Und weiter geht's. Meine Fresse, nur am Sterben. Das kann ja wohl nicht angehen, oder was? Neuer Versuch, neues Glück, neues Arschtock. Oder so. Irgendwie sowas wollte ich sagen. Ich könnte das, also, alleine wegen der Mucke, werde ich dieses Spiel weiterspielen. Unglaublich. So schön. Wee, wee, wee. Ähm. Oh, das ist der Titelsong. Wee, 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 wee. Wee, wee. In the flame, in the blood. Shit. Oh, fuck, yes. Komm ich hier noch ran? Komm ich hier noch ran? Nein. Okay, wenn man hier ein Wolf ist, verpisse ich mich sofort wieder. Bock auf diese Wolfscheiße. Okay. Oh, nicht die Musik ausmachen. Okay. Okay, müssen wir schlafen eigentlich? Was war das jetzt? Knitted, thin gloves. Oh, geil. Das heißt, wir haben jetzt alles, was man anziehen kann. Ähm. Das sind die leichten Sachen. Vielleicht brauchen wir noch krassere Sachen. Müssen wir die selber machen? Können wir die finden? I don't know. Was haben wir hier? Dandelion. Können wir doch eigentlich irgendwas machen? Materials, Tools. Sieht noch nicht so aus, Professor. Okay, da kommen wir nicht rein, oder? Ist das ein Geheimweg hier? Nope. Nope. Okay. So, wir könnten hier Feuer machen. Das möchten wir nicht. Was kann man aus Mulberries machen? Weiß das jemand? Sapling. Guck mal, kein Wolf. Yeah. Clean Water? Ach so, das war das Schematic. Okay. Dafür könnten wir vielleicht noch ähm das Feuer anmachen, aber ich lohnt sich nicht, oder? Guck mal, wir haben noch alles eigentlich ist alles gut. Lass uns jetzt nur mal kurz schon mal äh, wir haben ja jetzt fünf Cat Tales. Das ist ein bisschen wenig, ne? Ah ne, hier. Äh, Move to Azop. So was. Mulberries. Ach, die kann man einfach essen. Geil. Und den Jar. Move to Azop machen wir mal so. Raft Storage. Geil. Da können wir auch Sachen reintun. Nice. Okay. Das wusste ich nicht. Hier kann ich auch noch searchen. Loot. Motherfucker. Loot. Loot. Empty. Hier waren wir schon, ne? Okay. Dann waren wir ja schon überall. Das war ja weniger erfolgreich. Immerhin sind wir hinkommen. Okay, noch, noch mehr Wald. Wald macht mir eigentlich Angst, ne? Können wir es trotzdem probieren? Ne. Da kommen wir da nicht. Ne. Oh shit. Kommt durch, kommt durch, kommt durch. Yes. Ich wollte nicht da durch die Fluten. Das ist mir viel zu beschweren. Ich will viel zu beschweren. Können wir selber durch die Fluten fahren. Okay, jetzt müssen wir eben durch die Fluten fahren. Das ist ein Steinchen. Ich sehe es schon. Nein. Oh. 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 Holy shit. Shit. Oh. 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 Oh, das ist so aufregend. Oh. Okay. Geil. Nice. Okay, wo können wir zuerst hin? Hier hin? Irgendwas? Hier irgendwie. Nein. Da kann man nicht noch ran. Oh. Aussicht. Auch nicht mehr geschafft. Scheiße. Und jetzt ist hier noch so ein Todeswald. Wir gucken, ob ein Wolf da ist. Wenn da kein Wolf ist. Okay. So. Wie heißt sie eigentlich? Fralafelia? Ist das dein Name? Fralafelia? Komischer Name. Häschen. Dennoch habe ich keine Ahnung, wie man so scheiß... Lightboots und Rags. Rags können wir nehmen. Die Boots haben wir ja. Äh. Bugskin. Geil. Aloe Veda. Ähm. Lass uns mal hier... Wir hatten noch die Lightboots, ne? Ja. Lightboots. Wir brauchen also keine Lightboots mehr. Aloe Veda packen wir nochmal zum Ess auf. Und auf den Bugskin... ...haben wir neue Sachen, die wir machen können. Nein. Okay. Warum? Eine Juckerpalme. Ganz viel Jucker. Okay. Wollen wir das auch dem Hund geben? So. Das sind drei Stück oder was. Können wir nur stacken oder was? Ah, shit. Boah, ist ärgerlich, ne? Ist aber okay. Ist aber okay. Lass mich raus. Wir haben Dorf. Wir haben ja gar keinen Dorf. Wir haben ja noch halb voll Dorf. Ich würde gerne wissen, wie man Fallen macht. Craft. Diese Tinder-Dings da. Tools. Tinder. Craft. Okay. Ähm... Sowas. Use Fire. Da machen wir jetzt nämlich noch ein bisschen Wasser. Consumer Balls. Clean Water. Create. Da waren noch ganz viele andere Sachen, ne? Habt ihr gesehen? Materials. Remedies. Einen Tee. Geil ist das denn? Okay. Und Tools? Nee. Okay. Dann trinken wir doch jetzt einen Tee, oder? Hydration. Und Hunger macht's auch weg. Geil ist das denn? Okay. Merken. Dann Dillion. Sehr nice. Ich frag mich nur, hätte ich das vielleicht machen sollen, nachdem ich gepennt habe? Nee, ne? Oh, ein Tee vorm Schlafen gehen kann man machen. Guck mal, wo machen die, ne? So, wollen wir mal so sechs Stunden schlafen? Es ist gut für den Rücken. Es ist gut für den Rücken. So, wie spät ist das? Gerade so Tag. Sehr gut. Hab ich hier noch irgendwas übersehen? Zeppelin kann man mitnehmen. Waren wir hier schon? Ja, ne? Waren wir hier schon? Ja, ne? Alkohol. Sehr gut. Da kann man Torches mitmachen und Bandagen. Waren wir hier noch nicht, oder was? Ich bin leicht verwirrt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir diese Jars brauchen. Vielleicht tun wir die gleich mal ins Floß. Spish is water. Sehr gut. Dann können wir uns da noch mal ein gutes Wasser braten. Zeppelin. Ne Mittelshit. Oh, ein Ventry. Full. Und seins auch. Warte mal. Kann ich, kann ich Jars? Stacken? Nope. Essobs Bag is full. Ja, dann lass uns mal ganz kurz. Wo ist denn hier der, der, kann ich, kann ich so Sachen zum Floß schicken? Geil. Risch geil. Dann, äh, Raft. 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 Kann ich das noch immer da wegholen? Warum? Dann kann ich es ja immer da... Da ist ja der Unterschied... Ich verstehe nicht ganz. Also, wenn ich irgendwas... Warum gibt es verschiedene Inventories, wenn ich mir das von jedem Punkt aus einfach holen kann? Verstehe ihr, was ich meine? Dann können wir es... Dann können wir auch eine Inventory machen, Leute. Dann muss ich es ja nur immer hin und her schieben. Wie nervig ist das denn? Sehr. Wir hatten hier schon alles, ne? Okay, dann wollte ich jetzt noch einmal zu dem anderen Feuer gehen. Ähm, dann braten wir uns noch ein bisschen Wasser. Und dann war es das auch schon in diese Folge, Leute. Oh, die Hätzchen. Wir haben leider noch keine Fallen. Wir braten uns jetzt hier noch ein bisschen Wasser. Und, äh... Dann, äh, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ey, krass. Wir leben noch. Ich kriege die Tür nicht zu. Ja? Mal gucken, wie lange noch. Äh, ich bin sehr gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Fischkopf. Bis dann und tschüss.